Es war vor vielen hundert Jahren, dass sich hier in Paris die Geschichte von Quasimodo und der schönen Esmeralda zutrug. Paris war schon damals eine große Stadt und wie überall zu jener Zeit reagierten auch die Bürger von Paris auf alles Fremde und Ungewohnte mit Angst oder Spott. Und nicht wenige von ihnen glaubten noch an Hexen, Teufel. Und wie zu allen Zeiten gab es auch damals Kinder, die keine Eltern mehr hatten. Die meisten dieser Kinder wurden heimlich in eine Kirche gebracht, in der Hoffnung, dass sich die frommen Mönche und Nonnen schon um sie kümmern würden. Auch am Morgen des Tages, an dem die Geschichte beginnt, wurde in Notre-Dame, der schönsten Kirche von Paris, ein Findelkind abgegeben. Worüber regt ihr euch so auf? Macht Platz! Ich werde es adoptieren und zu mir nehmen. Aber Claude Frollo, schaut es euch doch an! Genau deswegen, mein Freund. Es wird interessant sein zu erfahren, ob ich ihn sprechen und denken einleeren kann, ob er lieben und hassen lernt. Eine spannende Aufgabe.